So, lassen Sie mich heute entführen in die wunderbare Welt von Final Fantasy 7. Wie Sie alle sehen können, befinden wir uns hier gerade in einer Stadt. Und wir wollen uns ein wenig in dieser Stadt umsehen, bevor wir uns dann auf den Weg machen, weil Sephiroth soll auf dem Weg nach Osten sein. Zumindest hat ihn da jemand gesehen. Vorher gehen wir aber ein wenig in den Häusern herum und machen in dieser Folge eine kleine Erkundungstour. Dank der Marko-Energie ist das Leben ziemlich bequem. Dank, Sei-Shinkra. Findest du nicht auch? Du bist voreingenommen. Hm, aber ich hasse es mir vorzustellen, wie das Leben wohl ohne Marko-Energie wäre. Ja gut, das ist im Grunde wie Strom, würde ich mal sagen hier. Marko-Energie hat alles viel bequemer gemacht. Aber es scheint, dass viele Pflanzen und Tiere mit rasender Geschwindigkeit aussterben. Ich finde, das alte Leben war besser. Findest du nicht? Ja, vielleicht. Klar habe ich recht. Das weißt du nicht, wahr? Oh, gut. Oh, ein alter Mann. Hast du gesagt, du kommst aus Midgar? Boah, ich habe dort auch mal gelebt. Aber ich habe gehört, dort gibt es in letzter Zeit viel Ärger. Kann man so sagen. Mein Hund. Der macht Geräusche. Das kennen wir ja. Kommt man da rein? Nö. Das ist eine integrierte Hundehütte. Okay, hier ist eine Truhe, die wir wahrscheinlich nicht öffnen können. Verschlossen, kann es nicht öffnen. Kann sein, dass die Folge heute ein bisschen kurz wird, je nachdem, wie lang der Stadtrundgang dauert. Da war ein komisch dreinblickender Mann mit einem schwarzen Umhang. Er trug ein furchtbares, sindes Schwert. Ja, das war Sefirot. Hier kommt man hoch. Da auch. Nehmen wir erstmal hier hoch. Hui, Drehbohmtreppen. Ich weiß, die Dinger heißen Wendeltreppen. Oh, eine Truhe. Peacemaker. Was ist denn Peacemaker? Ist das ein Objekt? Das ist eine Waffe. Wer kann die denn benutzen? Cloud wohl nicht. Nö. Cloud hat nichts dafür. Ähm. Tifa kann sie vermutlich auch nicht benutzen. Nö. Die hat ihre Waffe. Hier gibt es wahrscheinlich auch Läden, wo man sich ausrüsten kann. Bei dem Dingerchen, oder ne. Also bei Red glaube ich nicht, dass der auch nur eine dieser Sachen benutzen kann. Der hat ja irgendwie so komischen Klammern. Gehen wir immer nach oben. Mal schauen, was es hier gibt. Mein älterer Bruder ist so dumm. Er ist ja so plump. Ich könnte heulen. Was ist denn mit dem? Ja, bleib stehen. Wenn ich groß bin, werde ich Soldier. Deshalb trainiere ich jetzt so hart. Also der läuft im Zimmer rum, um zu trainieren. Okay. Okay. Aber wenn ich diese Schränke sehe, muss ich in die Szene mit der Teenie-Unterwäsche denken von Tifa. Das war... Das war echt hart. Die Bodenschätze in der Nähe des Reaktors sollen aufgebraucht sein. Wir sollten der Marco Energie bald Adieu sagen. Dank der Marco Energie, die Shinra-Inklusse für uns produziert, geht uns blendend. Ich hörte, dass Präsident Shinra getötet wurde. Sein Sohn Rufus ist der neue Präsident. Ne, der neue Präsident wurde schwer verletzt. Hey, ich hörte, das hast du doch nicht gewusst. Du bist ein schlauer Bursche. Hehehe, war unter uns. Ich hab gehört, es waren die Ava-Dings-Booms, die Präsident Shinra angegriffen haben. Avalanche. Die berühmte Schwingen statt Midgar. Einmal nur würde ich sie gern mit eigenen Augen sehen. Gibt es hier nicht irgendwo einen Laden oder sowas? Ist es wahr, dass Shinra Ungeheuer erschaffen hat? Das ist wahr. Dafür auch immer, solange wir Reaktoren benutzen, können wir Shinra nichts vorwerfen. Na gut, was ist denn hier oben? Alles erkunden. Die Welt ist in Frieden, alles ist in Ordnung. Ähm, nein, nicht ganz. Da ist ein schwertschwingender Serienkiller. Warte, so hin zu sagen. Mein Vater war groben Arbeiter, aber er konnte nicht mehr zur Arbeit gehen nach dem Ungeheuer, in dem Mitriam-Mine aufgetaucht sind. Jetzt sitzt er nur noch in der Kneipe und lässt sich volllaufen. Das hier sieht noch im Laden aus. Das ist das Objektgeschäft. Was hast du? Trank, wenn du es überlegen mit der Augen drauf hast? Ja, aber bloß bezählt. Ja, Trank mit 100 bringt uns nicht mehr so viel. Bringt eigentlich alles jetzt nicht so viel. Kann man dem irgendwas verkaufen? Den Peacemaker, aber da weiß ich nicht, wer das brauchen kann. Das Vierslots-Ding finde ich ziemlich unnötig. Achso, Vitri-Armband können wir verkaufen zweimal. Oder? Warte mal kurz. Ähm, schauen wir uns jetzt mal in den anderen Geschäften um. Ob die vielleicht bessere Waffen oder sowas haben. Das ist das Materia-Geschäft. Erde, Gift, Raub, Analyse, Behandlung. Behandlung hört sich gut an. Ich glaube, damit kann man vermutlich irgendwelche Statusänderungen heilen. Einmal gekauft. Und Gift ist auch schon mal gut. Gut. Was kaufst du denn? Ach gut, das Vierslots-Ding kann ich verkaufen. Ähm. Gut. Das ist das Waffengeschäft. Mitrisäbel. Das ist doch schon mal gut. Cannonball. Mitri-Kralle. Metallstock. Und Mitri-Armband kann keiner von denen brauchen. Na gut, dann kann ich die alle verkaufen, die Dinger. Die will ich nicht alle haben. Die sind alle besser als das, was wir haben. Warum gibt es nichts für Red? Gekauft. Cannonball. Mitri-Kralle. Metallstock. Verkaufen. Objekte. Ach nee, Quatsch. Erstmal ausrüsten. Cloud kriegt statt seinen Bastard schwert jetzt den Mitri-Säbel. Gut. Und. Ähm. Ausrüsten tiefer. Kriegt statt der Metallfaust die Mitri-Kralle. Für Red haben wir leider noch nix. Aber wir können ja trotzdem verkaufen. Hoppla. Das Gatling-Gewehr will er nicht kaufen. Das finde ich komisch. Metallfaust wird verkauft. Das Bastard-Schwert kauft er auch nicht. Grundausrüstung. Ah, gut. Ah, okay. Die Geschäfte liegen direkt beieinander. Das ist ja praktisch. Oder möchte ich auch mal kurz in diese Mitri-Grube gehen? Oder nee, erstmal möchte ich kurz rausgehen und mit, äh, PRS die Gruppe ändern, damit ich die anderen auch ausrüsten kann. Ach, kann ich... Nee, Cloud kann ich nicht rausnehmen. Gut, jetzt ausrüsten. Barrett bekommt statt dem Sturmgewehr die Cannonball. Und Ares bekommt statt der Mitri-Stange den Metallstock. Ich glaube, ich gebe dir Behandlung zusätzlich. Und die kriegt einmal Analyse und... Komm, Hitze. Darf... Hoppla, falsch. Dafür muss Barrett natürlich auch was bekommen. Weil Barrett hat gar nix. Deshalb kriegt er wenigstens einmal Gift. Aber... Ich überlege jetzt, ich glaube, ich nehme doch lieber Ares weiter mit als Red, weil Ares halt mit ihren Heilfähigkeiten echt ziemlich hart heilt. So. Ähm, gut. Dann möchte ich einmal kurz speichern, sicherheitshalber. Das schadet ja nicht. Das ist das Schöne, wenn man in so einer Stadt ist. Oder nicht in so einer Stadt, auf der Weltkarte, meine ich. Und wir müssen jetzt hier speichern. Genau. So. Und rein ins Dorf. Und rein in die Mithril-Grube, wenn das da so ist. Vielleicht gibt es da irgendwelche Items, die wir gut brauchen können. Immer schön alles erkunden. Ach nee, das ist die Kneipe. Vielleicht gehen Ansteck auf das Konto der Avalanche. Aber ich glaube, sie wurden von den Soldiers ausradiert. Ah, nicht ganz. Ich? Was ist hier sonst irgendwer? Ach so. Raus hier! Okay, nicht in die Küche gehen. Okay, okay. Aber ich glaube, wir gehen erstmal zur Mithril-Mine, bevor wir Silphiroth folgen. Siehst, die wäre im Süden. Ich meine, die Monster auf der Weltkarte sind jetzt, glaube ich, gar nicht so schlimm. Ach so, hier kommen wir gar nicht rum. Wir müssen hier so... Okay. Jetzt sind wir denn mit dem Bücher. Tiefer. Angriffe, gut. Können vielleicht schauen, wogegen die... Ich finde die sind Körperschlag. Okay. Aber die Waffen ändern sich schon mal. Das finde ich schön. Tiefer versucht man zu rauben. Aber die trägt jetzt wirklich Krallen. Das ist cool. Ähm... Poisona? Poisona... Ist wahrscheinlich eine starke Form, keine? Irgendwann müssen wir doch mal von denen irgendwas stehlen können. Manchmal haben die nämlich sogar Waffen dabei, soweit ich weiß. Okay. So, stehe ich noch mal was. Nee. Wahrscheinlich ist er jetzt mit dem anderen Finn. Ja. Gut, dann haut Cloud einfach beim nächsten Kampflimit rein. Ich würde sagen, das neue Schwert passt irgendwie nicht so ganz zu ihm. Man hat sich einfach so sehr an das andere gewöhnt. So. Hier kommt man irgendwie nicht rum. Ich schau mal auf der anderen Seite. Irgendwie muss man hier doch rumkommen. Also ohne zu fliegen, meine ich. Ich glaube nicht, dass es so einfach in dem Spiel geht. Irgendwelche Motorradhörnys. Klingenstrahl, mal schauen, ob der überlebt. 316. Und das geht noch zum nächsten Gegner rüber. Das ist doch nicht zu fassen. Und... HI-Trankgestuhl, das lohnt sich doch. Komm, du analysierst den mal. Was ist denn da von 4 überhaupt? Teufelsrittel, P3, 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 P3. Hp, bla bla bla. Keine Schwächen, so wie es aussieht. Na gut, immerhin bringt es gute Erfahrung. Und ich meine, wir haben jetzt nicht unbedingt Probleme mit unseren Lebenspunkten. Also wie gesagt, ich möchte erstmal nach Süden gehen. Wenn das hier sehr nach einem Rohr oder so aussieht. Was ist das denn? Was mit ermöglichen gegen Kämpfen, was auch immer das ist. Ach, du Heilige! Raub! Analysieren. Nichts zu stehlen, okay. 430! Mit Gasolon. Keine Schwäche. 112! 4! Boah! Ne! Das schaffen wir nicht. Können wir eigentlich nur draufhauen und... ...auf das Ende warten. Also gegen den sollte man wahrscheinlich jetzt noch nicht antreten. 5. Benutzt. 4. Pen-Peng-Peng-Peng-Peng-Peng-Peng-Peng-Peng-Peng-Peng-Peng-Peng. 6. Der sieht schon cool aus. Aber gut, dass wir gespeichert haben, also. Also ich erwarte nicht, dass wir das viel besiegt kriegen. Also Ares übersteht wahrscheinlich nicht mal den nächsten Angriff. Der Rechner macht das jetzt auch nicht unbedingt was aus. Ich meinte, wir haben gespeichert. Und... Was? Ich habe den Ares so wenig Schaden gekriegt. Gut. Limit. Heilender Wind. Ich glaube nicht, dass ich damit Leute wiederbeleben kann, aber... Bleiben wir mal lange durch. Entschuldigung Und damit wäre das vorbei. den greifen wir dann irgendwann an wenn wir stärker sind ja wir kennen das ding squares auf bla 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 obwohl weiter ist eigentlich gar nicht nötig weil ich möchte ja jetzt hier die folge beenden und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder ich hoffe ihr habt spaß am let's play und danke fürs zusehen das konstruktive kritik das ist ein blödes wort konstruktive kritik da wenn euch das gefällt würde ich mir auch über eine bewertung einen kommentar freuen bis zum nächsten mal cheerio